Nicht zum Glück. Ja, hier steckt gerade so ein Typ, richtig an Klemme. Und... Ich kann nicht schlecht sagen, wo... Du kannst jetzt hin. Ich beobachte dich, ich beobachte dich hier. Fußball-XP1. Du kennst gerade in der Hütte. Ja, ja, ja. Ja! Warum hat er die Party verlassen? Ich bring's mal in Leute. Keine Ahnung, der Typ soll gleich nochmal reinfahren. Da, vor dir ist Werbeter-Ska. Hab ich gerade beobachtet. Pia, niemals kämpfen. Niemals kämpfen. Niemals kämpfen, jo. Der Typ gönnt dir den Sniper jetzt. So, ich lass den Typ nochmal gestern ein. Ich muss jetzt alle meine Freunde haben. Weil, das macht einfach nur Fun. Und wenn man dann einfach zu viert... Digga, einfach zu viert. Muss ich dir mal vorstellen. Eigentlich könntest du... Eigentlich könntest du viele sein, wie es... Wie es einfach nur geht. Pia ladt auch mal ein paar Leute ein. Wir müssen alle mal reinkommen. Stell dir das mal vor, wir sind ja am Ende... ...mit acht Mann hier. Und spielten ja gegen Einzelspieler. Du bist ja auch Brasilien, ne? Ja. Hallo. Jo, Icke. Ähm... Wir spielen gerade im Squad gegen Solo. Also... Jeder startet eine Solo-Runde auf einem fremden Server. Sprich Brasilien. Und dann sind wir alle auf dem selben Solo-Server. Und können dann zu dritt Leute rasieren. Die alleine spielen. Ja, du musst dafür, ähm... In eine alleine Gruppe gehen und dann einfach im Solo reingehen. Du musst, ähm... Jo. Nein, auf Solo. Drei. Was? Nein, also... Jeder ist in einer Gruppe. Dann musst du bei Einstellungen, Spielersuche, Brasilien. Jetzt musst du ganz normal wieder auf die Gruppe, wo du alleine bist. Und dann drücken wir auf drei, zwei, eins. Auf Dreieck. Jetzt? Ja. Jetzt habe ich vergessen zu drücken. Ich bin drin. Ich bin in einem Server drin. Ich bin drin. Bei mir steht warten auf Server. Dann seid ihr wahrscheinlich im selben Server und ich auf dem anderen. Okay, ich bin drin. Ich bin kommend drin. Ich auch. 43, 48, 50. Bei mir sind es 54, 60, 61, 62, 65, 70, 72, 77. Ihr seid ganz so anders. Bei mir sind es 94, 95. Okay, bei mir sind 96. Bei mir sind 99. Äh, Schlacht bestartet in, äh... Ich verlass dann. Ich verlass dann. 4, 3, 2, 2, 1. Nein, okay, ich verlass. Ich hab' verlassen. Lass mal Tomato Town. Wir sind schon auf dem selben Server, deswegen. Ja. Wir sind hier. Hier. Ja. Ja. Vielen Dank. Ich bin hier gerade im Haus drin. Ich bin diese schwarze Frau. Hier, das bin ich! Oh so. Ich bin tot, ich bin tot. Jetzt muss ich mir noch irgendwelche Spasten geben, die hier mitspielen. Drei, zwei, eins. Na warte, warte, warte. Warte, warte. Drei, zwei, eins. Drückt. Du noch Updates. Landesinhalt, Kontaktierung, Verbindung. Warte ich lange voll. 139, 58, warten auf Server. Warten auf Server. Immer noch warten auf Server. Immer noch warten auf Server. Tret dem Server bei. Ich bin jetzt mal im Laden. Warte, ich bin im Squad gegen Solo. Warte mal. Ich bin durch. Bei mir steht, treten im Squad. Ich bin bei mir, ich bin bei mir lebt da gerade. Wie warten jetzt volle Dings Spielerzahl erreicht ist? 97, 98, 99. Bei mir sind 99. Ja, 96. Bei mir auch Partybusch startet in 5, 4. Wir sind wieder nicht auf dem selben Server, Mann. Drei, zwei, eins, null. Okay, ich bin drin. Äh, zweitig bin ich. Wie lange bist du drin? Ich bin nicht, wir sind nicht in derselben. Oh nein. Oh nein. Okay, ihr habt alle keine Hobbys, oder? Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Und schönen Tag noch. So, das haben wir schon mal gehört. Ja. Ja, das hört die. Danny, Danny. Danny, Danny, das machen. Äh, Dings. Du, Dings. Solo. Du, du musst bei, du musst bei Server Brasilien auswählen. Du musst bei Brasilien auswählen bei Server. Wo bist du? Danny. Du musst bei Einstellungen, bei, äh, bei Server auswählen, musst du Brasilien. Warte mal, warte mal. Ist jetzt gerade jemand bei dir gelandet? Das bin ich, das bin ich, chill. Das bin ich, das bin ich. Danny. Das bin ich. Du musst bei Server, also bei Spielersuche Region Brasilien. Äh, ich hab 80 Leben. Geh mal, geh mal, geh mal, geh mal ganz was auf Einstellungen. Ja, ich hab mal, geh mal, geh mal ganz was auf Spiel. Ich hab mal, geh mal ganz was auf Spiel. Ich hab mal, geh mal ganz was auf Spiel. Ich hab mal, geh mal ganz was auf Spiel. Ja, du musst auf Spiel. Dann weiter runter auf Spielersuche Region. Ich hab selber. Zwei unter den blauen Balken. Ja, ja, Brasilien. Dann auf anwenden. Egal, lass sie kurz machen. Moin Hendrik. So, Danny, wir drücken auf drei, zwei, eins. Ich hab gedrückt. Ich bin jetzt bei dem roten Haus, äh, nicht bei dem roten, bei diesem weißen Haus, wo ein Baum stand, Baum stand auf dem Dach. Ich bin grad auch am warten. Ich bin hier im Keller. Ja, ist nur ne Pistel. Ich auch, ich auch. Ich bin's beim Laden. Ich hab alle aufgebaut. Ja, ich auch. Oh mein Gott, das kann was werden. Ey, bitte, wir sind bei dem selben Server. Wir bin nicht.